Glauben Sie an die Wirksamkeit des Gebets? Wenn ja, zu wem sollten wir beten? Kann man auf richtige Weise beten und auf falsche? Welche biblischen Anweisungen und Prinzipien sollten wir anwenden, damit unser Gebet erhört wird? Um Antworten auf diese wichtigen Fragen zu erhalten, bestellen Sie ein kostenloses Exemplar dieser Broschüre, Lehre uns zu beten.